Oh ja, mit dem Mammutpanzer Apaches runter schießen. Oh ja, jetzt komm her. Ich krieg doch. Ach, die sind alle am Strand gerade unten, okay. Ich wollte eigentlich da hinten hin zu den Obedisken, aber na gut. Geht ein Feuer. Und das reicht sogar aus. So, wo ist der nächste? Ach, das sind alles Gegner. Jetzt muss mir doch jemand sagen. Und der lebt immer noch. So, wo haben wir hier noch einen Panzer? Hier. Ah, jetzt hat er mich endlich mal entdeckt. Äh, da ist ein Havocbear gehört zu uns. Und die nächsten sind drauf gegangen. Und wir sind hier noch welche drin. Hier haben wir auch noch aus. Ähm, kann ich ja eventuell noch durchschießen. Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt auszusteigen. Nein, wer würde aussteigen, wenn er einen Mammutpanzer hat? Äh, sag mir, wirst du erst hier ums Eck rum. Ja, wovor steckst du dich denn? Nein. Ah. Gefunden. Hey, ich muss da jetzt auch noch runterfahren. Ja, ja, ja. Könnte nicht sein. Panik, mach ich schon, mach ich schon alles. Oh. So, verschwinde. Oh Gott, damit. Und Raketen in den Himmel. Lass den, äh, Himmel. Äh, ja, ja, ach, weiß doch geil was. Da, ich sehe einfach nichts mehr. Okay, das ist tot. Oh, verdammt mich. Der Mammutpanz, mein Mammutpanz ist zerstört. Ihr Schweine. So. Und dich wollen wir auch noch runter. Nee, es war's schon. Ach komm, ich wollte den Rest noch zerstören. Mit meinem schönen Mammutpanzer. Ja, ich hoffe, ich krieg den wieder. Ich meine, das Ding macht übelst Laune. Bis zwar das Ziel von jedem, aber... Hm? 80 Sekunden, 7 cm. Hm? Ich weiß nicht, ob das da sein sollte. All right, looks like we're done yet. I'll see you in a little bit. You ready for a fireworks display? Oh, sure, I've got time for that. You betcha. Hehe. So, jetzt zeigt mir, warum ich sie beschützt hab. Oh, ja. Ein Sonnenuntergang, Aufgang. Ein Raketenangriff. Raketenangriff. Oh, das sieht aus, wie die Gefangenen sind still auf dem Weg. Hm, das ist doof. Hm, das ist doof. Ich denke, wir müssen die MLS-E-Defenzen auf den Gefangenen repositionieren. Und halblich nicht mehr der Weg. Ähm. Oh, wow, das Ding ist böse. Och, Mann, jetzt haben sie das Spielzeug zerstört. Ja, genau so. Ich hoffe, du machst das diesmal. Ah, zum Glück, zum Glück. Und, ach nein. Und, 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 yeah. Schönes Ding. Oh, darf ich vielleicht hier auch mal mit dem Helikopter fliegen? Oh, yeah. Die tödlichste Waffe der GDI. Die Ionenkanone. Und, ich hoffe, ihr wisst alle, davon gibt es eine ganze Menge Morbid. Oh, ja. Die haben sowas von keine Chance jetzt. Oh, okay. Gleich haben sie keine Chance. Soweit, dass der Ladebittschmer weg ist, dann, dann haben sie keine Chance mehr. Hm, lala. Ja, diesmal ist es 80 Sek 8. Wir upgraden uns. Wie viel Panzer hat denn dort hier? Ähm, leicht missplatziert, aber das macht nix. Ich, für meine Stelle, hätte ich jetzt auf den Obisken geschossen. Wow. Wehe. Das ist ein Wetter. Boy, ich werde niemals auf den Wetter sehen, dass das ein Wetter ist. Hm, hm, hm. Du musst, um, alle die Anweskenes in der Nähe, um diese Objektivität zu erinnern. Was? Das ist nicht so gut genug für dich? Ich habe eine Karte, ich freue mich, aber ich habe orders hier zu prepen den Evag. Ich habe nicht, dass du dich haben, was? Keine Waffe, aber nicht. Hier ist ein paar Dinge, um mich zu erinnern. Für mich, du solltest nicht. Oh. Ist das ich, oder ist der Nod-Obeliske ein bisschen randy? Nicht wahr, was ich? Dein Tank ist vorbereitet und bereit zu rollen, Sir. All right, Feuerpower! Ja! Havak, du bist der glücklichste. Du weißt, der Nod ist einfach gebrochen und gebrochen. Nach diesem Blast wurde einfach gebrochen und gebrochen, nach diesem Blast. He he. Haltweier, Gunner. Doppelzeit. Gruppe auf. Zeit, zu gehen. Ich bin genau mit dir. Entstanden, Captain. Perfekt. Geh auf, Havak. Hey, remember to tell those scientists that don't get captured again. My toughest challenge yet. Ja, Gott, diese Wissenschaftler werden die ganze Zeit immer... Ja. So, rein geht's. Find that detention center. The escort team can mop up. Sounds like more fun than invading an island storm. I'm on it. Eva, give me a position on the scientists. Come on. Locate and rescue GDI prisoners. Habe ich da irgendwie... Ach, komm. Can you give me anything? Aber wirklich. Eva. Wow, that was helpful. Why can't you give me that helpful all the time? Uh, thanks for the pinpoint. Yes. Komm schon. Ach, man. Lass mich hier vorbei. Haben wir. Komm, verschwinde mal hier. Und nach mal Raketen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt. Der ist tot. Und noch mehr. Raketen, Raketen, Raketen. Aua. Oh. Ja, das wollte ich gerade sagen, der ist... Der hält ja alles aus, aber nein, leider nicht. Können wir nicht einfach sterben? Genau, hier. Und noch mehr Raketen. Nicht hier, irgendwas ist doch hier noch. Oh, ein kleiner Panzer. Das war der kleine Panzer. Und der Nordoffizier auch noch. Ja, okay. Oh, das sind gerade ein paar Helikopterer aus der Luft gefallen. Wow, wow. Easy, easy. Oh, der hat einen Rückstoß, der Panzer. Aber er macht zum Glück, er ist kaputt. Äh, steht hier gerade, ja. Da steht ein DJ-Solder auf meinem Panzer. Gehst du runter, der zerkratzt mir noch den Nack. Wie habe ich jetzt nicht die... Das gibt's doch gar nicht. Könnt ihr... Könnt ihr mal diesen 1-2-Arten hier töten? So, was soll ich gerade sagen? Okay. Infiltrieren. Infiltrieren. Arsch. Jetzt verstören das einfach. Weih, na gut. Wir müssen es infiltrieren, so wie es ausschaut. Mal aussteigen. Und schauen, was da drin ist. Hallöchen. Ah, hier, komm schon. Keine Chance. Und dann nächste, stirb. Oh, wow. Toll nachladen. Feuer frei. Oh, ich fände es einfach super hier drin rum zu rennen. Das ist auch noch fein. Hier war ganz schön Schneck, äh, der. Wow, wow, wow. Er schreckt mich doch nicht so. Und oh. Well, well, well. Das sieht aus wie eine Sicherheitskarte. Find die Karte, unlock die Tür. Warum ist das mir von Videogames? Ich habe keine Ahnung, Herr Wock. Ich glaube, das ist purer Zufall. Sollte ich? Ja, ich sollte. Ich sollte sowas von. Okay. Kann ich das hier machen? Kann ich das hier machen? Kann ich hier was machen? Ähm. So. Ja, es ist da. Das ist, äh, Havoc. Ich habe gehört, sie haben hier ein paar Problemchen. Ach, ich habe es schon gesehen. Sie sind das Problem. Wo ist der Nächste? Ja, ja, ja. Das war jetzt keinerlei Rüstung mehr, aber das war es mir wert. Ja, boah. Okay, okay. Das war jetzt ein bisschen sehr kurz. Ich weiß, die Gebäude da, da ist so gut wie nichts drin, aber selbst dafür war es noch ein bisschen ganz kurz. Also können wir zum Beispiel schon mal heute machen. Kommt, den Ort mal zeigen, wer hier der Chef im Haus ist. Oh, mevius. Oh, mevius. Oh, mevius. Oh, mevius. Aber wirklich. Ich habe es zu. Oh, mevius. Oh, mevius. Oh, mevius. Oh, mevius. Wir ranken als ein nukleischer Gefahr. Steck kurz, Duck. Ich brauche nicht, dass du wieder fliehen. Habe Sidney sicher. Okay, Team. Du wirst die Drille. Schrapp einen Weg zum Süden. Wir müssen außerhalb der Blastradieus gehen. der verdammt groß sein wird okay dann sprengen wir uns hier mal frei oh ja Sydney nein also ich bin so altti raus hier müssen wir eigentlich hin Wir sind da rein, okay Und feuerfrei So, hier, alle noch tot Der nächste, der nächste, der nächste Komm schon, komm schon, komm Oh, Sydney, tut mir leid, hier wollte ich nicht in den Kopf schießen Ähm, einen haben wir noch Die haben wir noch hier Und dann alle raus hier, raus hier, raus hier Komm schon, Leute, kommt schon Oh, 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 oh Ja, hijackt dann noch Gut, haben wir gemacht Oh Der hat einen Raketensprung gemacht Ähm Ja, hier, aus der Bahn Ja, super Aber wirklich, ich möchte nur sie noch haben Irgendwann bin ich hier, Havoc Der einzigste in der Cheat, der was drauf hat So, einmal nachladen, bitte Dankeschön Und, oh ja, ja, wie sich der fährt Ja, die Waffe ist nicht gerade gut Oh, 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 dankeschön Komm schon, ich habe keine Zeit Na, 20 Sekunden Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr Das Ding, kein Speed Oh, 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 oh Okay, gut Gerade noch so geschafft Ich möchte mich da nicht beschweren Aber zum Gegensatz zum Tank Das ist ja nicht Oh, 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 oh Da war es eine halbe Stunde gebraucht, um dich zu drehen Jetzt eine halbe Sekunde Warum die Grafik hier nicht so gut ist, wie ich es eigentlich gedacht hätte Ich weiß nicht Ich glaube, ich habe irgendeine falsche Einstellung gemacht Oh, oh, oh Das ist Havocs Fahrstil Na, man hört auf den verrückten Scoppen Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh It is fascinating to watch you in action Hehehe. Schön, dass du mit dir wieder arbeiten kannst. Bravo! Habe ich hier ein Wachstum in Aktion. Haben doch hier eine ganze Ladung. Für ein Spiel, das als Mod gedacht ist, bzw. war. Macht Spass. Singing Bs ist, wie schon am Anfang gesagt, relativ kurz. Aber hey, worauf es in dem Spiel wirklich ankommen sollte, sagen wir es mal so, ist der Multiplayer. Und auf den bin ich schon richtig gespannt. Ja, sagt das auch schon. Ja, und das ist eigentlich auch zugleich das Fazit von mir. Ach, die Kölners könnten immer so kurz sein, das ist schön. Ihr solltet Renegade X auf jeden Fall mal anspielen, damit ihr schon mal die Steuerung drauf habt für den Multiplayer, den ich dann sicherlich auch Let's Playen werde. Und nicht alleine, möchte ich mal sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss und pass auf.